Hier ist die Elpod Show. Elpod. Schönen Majur, hi beiden Elpod Pictures. Ich bin eigentlich wohnhaft in der Schweiz, aber ursprünglich Luxemburger. Hi, bist du May 25, Tag 25, 27. Hat der Laseraugen? Genau. Ne, jetzt sag nix. Ich sag nix. Dahinter steht, was sowieso kurz vor der Insolvenz steht und du gibst denen noch Geld, dann kannst du damit doch noch schneller dein Geld verlieren als mit Bitcoin. Also das ist klar. Drei Packs geöffnet, kein Joel in sich. Shit. Glaubt nicht, dass ihr schlauer seid als die anderen, weil das seid ihr nicht. Das ist die Vorrate der Geschichte. Ihr sollt trotzdem schon noch hart arbeiten. Also wer auch immer das jetzt hört. Vom Faulwerden führt Torge. Ja ne, genau. Absolut. Wenn du mit einem größeren Vermögen da eine Investmentstrategie machst, dann musst du das langfristig denken. Ist das die Schwester von Yves? Genau. L. Pi. Over. So ist das. Ja. Ja.